meine lieben freunde weiter geht's mit den nauty boys von leslie feuerwerb sehr schöne teile im knallschrank ist das zusammengewickelt 12,60 gramm nem cut 2 selbstverständlich und wirklich brutal dicke teile ich würde sagen wir testen ich denke das ist so ein artikel zum zeit vertreiben sind ganz annehmbar würde ich jetzt nicht kaufen ganz lustig zwischendurch aber das wahre vermeiden ist es jetzt auch nicht aber schön anzusehen